Ich werde vom Zombie geslayed. Also die kommt zurück, die kommt zurück, die kommt zurück, Alter. Jo, läuft. Ich slay mich jetzt, wenn die sehen, dass nichts gebrennt hat. Gebrannt hat. Versteck mich jetzt einfach in Berius und Weiters altes Haus. Also, zur Info, es kommen alle außer Kalle. Okay. Ja, ich hau jetzt einfach mal eine Kiste. Eine Kiste mit Feuer. Mit einem Feuerzeug nebendran. Und, äh, ja. Dann gehe ich mich mal kurz ertränken, ne? Ne, lass dich doch töten. Obwohl, ich glaube, ich brenne doch, äh, ich brenne doch einen Teil der Insel an. Äh, der Brücke, die Brücke fängt an. Die sind voll jetzt schon auf der Insel. Ja, gut, dann wird's halt jetzt brennen. Die müssen das einfach schnell genug löschen. Ich bin weg. Ich bin unter Wasser. Ich bin gerade in den Tiefen des Meeres. Halt, halt geht das tief runter. Wenn Kubi dich insensit, hat er seinen Nodus an. Nicht vergessen. Ich schwimme gerade auf dem, auf dem Boden des, äh, des Meeres. Dann sieht er dich trotzdem. Oh. So. Also du hast nix angezündet, oder? Doch, den Anfang der Insel. Also im Klartext gar nix. Ja, wenn sie jetzt nichts machen, dann wird sich das ausweiten. Sage ich mal. Das Gute ist, dass bei mir nix brennen kann. Außer die Brücke. Wenn die die Brücke anbrennen, kriegen die aufs Maul. Dann dürfen die das Akazienholz neu fahren. Ich freue mich, wenn die merken, dass die Brücke brennt am einen Ende. Was ich auch geil finde, man sieht genau, wie viele Herzen die haben, was die Verrüstung anhaben. Ja, ist voll krass, ne? Ja. Also ich falle jetzt weiter in der Inseln im Auge. Also Jump bewegt sich so ein bisschen in Richtung zu uns. Äh, geh mal zum, geh mal zum, zu unserem Neverportal und bau das mal ab. Alter, jetzt bin ich doch schon hier. Hast du, du hast ne, du hast ne Diamantpicke, gell? Ja, ich hab die Glück und die Effizienz. Die Glück hat ja Effizienz 5, was ich irgendwie jetzt extrem übertrieben finde. Ja, einfach mach's Neverportal von uns aus. Hier soll nicht mehr so schnell rüberkommen. Oh, Rearmob. What? Also, Spinnenreiter. Achso. Das ist ein Rearmob. Boah, mir ist grad kalt, Alter. Also, du kannst nicht mal hier ganz normal die Insel bauen. Es muss immer irgendeiner auf den Sack gehen. Weißt du, dass es auch immer heftig ist, wenn ich in mein Haus komme? Da ist ja immer das tolle Knistern, weil es brennt. Es fehlt auch noch, dass man das Feuer sieht. Was denkst du, äh, haben sie gemerkt, dass die Insel schon wenig, äh, kleiner geworden ist? So, ist aus. Das Feuer bei denen? Nein. Achso, das Neverportal, ja. Ich muss sagen, Effizienz, was auch immer das war. Ja, oder wir lassen das Neverportal an und gießen. Was? Ich hab meinen Quarzboden abgebaut. Ja, oder wenn nicht, hast du einen Lava-Eimer da? Nein, ich hab jetzt zwei Blöcke Obsidianen abgebaut, einfach nur... Ja, gut, wenn nicht, ähm, mach dir mal schnell zwei Eimer. Geh schnell in Never, hol dir zwei Eimer Lava. Letztlich hab das Netherportal auch schon abgebaut. Ja, dann machen wir es halt wieder neu auf. Nein. Ja, wir hätten Lava drüber kippen können, mein ich. Nein, das ist blöd, weil vor allem, weil es in meinem Haus ist. Ach, okay. Also, okay. Also, ich komm jetzt gleich hoch zu dir. Mhm. Ähm, ich muss mal kurz das, äh, Wasser neu machen. Weil ich echt erwarte, dass die die Sekunden einfach zu uns hochstürmen. Guck mal auf die Map. Ne, sind alle bei der Brücke, glaub ich, machen's Feuer aus. Ja, also, ich versuch's uns. Also, ich werd jetzt gleich gleich mal ranzoomen, weil ich hab's ein bisschen weit weggezoomt. Oder hast du noch Unsichtbarkeitstränke, oder hast du die letzten... Oder hat Gian die letzten genommen? Ich guck mal nach. Actio, reactio. Zwei hab ich noch, zwei sind, äh... Ja. Dann gib mir mal einen. Boah, das ist voll kalt geworden hier bei mir. Dann gib mir mal einen. Ich werd mich zu denen schleichen. Ja, ich bin da. Ich kann die einen runterwerfen, wenn du willst. Ne, ne, ne. Ich will mein Zeug noch in die Endertruhe packen. Also, Kubi und Gian rennen jetzt zu uns. Ja, brauchen sie gar nicht machen. Die sollen hochklettern? Ähm, soll ich dir einen Bogen geben mit Stärke? Ich hab einen Bogen. Ich hab auch einen Bogen mit Unendlichkeit. Und Stärke... Viel Feuer, viel Feuer. Stärke 4 und Unendlichkeit. Der puncht rein. Ha, ha, ha. Obwohl er keinen Punch hat. Also, sie sind jetzt gleich außerhalb meiner Reichweite zum Gucken, weil... Ja, willst du nicht hier oben bleiben, ähm, weil dann bleiben wir einfach hier oben und ballern die runter. Mach's doch gleich so, dass du einfach das ausmachst und einfach Lava reinkickst. Nein, ich will jetzt sozusagen... meine tolle Schutz... meine tolle Schutzausrüstung... mal wegpacken. Ja, sie sind jetzt gleich bei uns. Das ist doch praktisch so eine Overview-Map, ne? Also, ich nehme jetzt den letzten Unsichtbarkeitsdrang. Ich habe auch noch einen. Jaja. Da ist deine Insel, das heißt, die müssen von da kommen. Brauchen sie gar nicht mehr. Also, Kalle kommt jetzt anscheinend auch. Laufen zu dir rüber. Oh, müssen die immer zu mir kommen? Also, ich trinke jetzt den Trank. Ja, mach das. Ja. Ich gucke halt gerade, ne? Du musst es natürlich noch extra präzise aussprechen, ne? Was wollt ihr bei mir brennen? Ja. Ja. Achte sogar auf Rechtschreibung. Ihr habt Gras angezündet und mich zusammenscheißen, dass ich ein Grammatik-Nazi bin. Nervt, na? Also ich geh jetzt runter zu denen und hau ab zu der ihrer Fest... zu ihrem Haus. Ah, die lassen gerade Wasser fließen. Bei mir sehe ich. Na, es sind alle drei da. Läuft einer mir hinterher? Nein. Nö, nö. Was ich auch chillig finde, oder kommt es mir nur so gerade vor, sieht man mich nicht, weil ich einen Unsichtbarkeitstrank getrunken habe? Das war geil. Kann sein. Ja, man sieht mich wirklich nicht. Ja, das ist normal bei einem Unsichtbarkeitstrank. Ja, aber nie, selbst auf der Minimap. Achso. Das heißt, ich kann ohne Probleme zu denen gehen und sagen, ich stehe jetzt bei euch, ich fackel jetzt eure Buden ab, wenn ihr jetzt noch fünf Sekunden länger bei uns bleibt. Das sage ich einfach, was ist bei... Mal kurz, ich schreib's noch. Nein, schreib's noch nicht. Schreib's erst, wenn ich sage, dass ich bei denen bin, weil sonst rennen die jetzt schon los. Da hat ja gar keine Zeit, irgendwas anzuzünden. Ja. Obwohl, haben die noch irgendwo TNT, weil dann spreng ich einfach meine Bude, die ich bei denen gebaut habe, in der Luft. Mann, ich hab doch gesagt, du musst warten. Du musst dazu schreiben, hatten. Korrektur, hatten. Nee, wir haben einfach einen, das müssen wir ja nicht wissen. Nee, wir hatten in Form von... Ich hab' ich jetzt alle dabei. Ja, ja, nehmt aber. Brauchen sie gar nicht versuchen hochzukommen, ich baue's Wasser ab. Ganz einfach. So, sie haben immer noch Level 20. Ja, ich werde jetzt vielleicht ein bisschen bei denen sogar abfarmen einfach, das ist kein Griefen. Das ist Matchmaking. Weil ich brauch' Essen. So. Ich hau' das Wasser mal wieder hin. Ja, die sind immer noch bei dir. Das ist gut, dass ich die Map hab. Ja, ich seh', ich seh' die unten bei mir drinnen. Also... Schreib denen mal, dass ich grad ihm voll an Kalle vorbeigelaufen bin. Nee. Du bist einfach an... Wo laufen die grad hin? Bleiben. Bei mir sind die immer noch bei dir. Die laufen jetzt zu meiner Festung, laut meinem Ding. Ich guck' mich grad' um. Ja, sind an deiner Festung. Boah, die sollen mal in die meine Festung so lassen. Sag an, wenn sie weglaufen, dann schau' ich nicht schnell auf die Map. Ich hab' alles nicht auf Blick. Ich lass' das Wasser mal lieber weg. Jetzt sieht's aus, wenn sie weglaufen. Guck' mal. Äh, ich guck' mal. Oh, in der Minute ist Stopp. Mhm. Geplant. Das ist doof, dass ich grad' bei denen bin. Ja, bist du grad? Ah, ich tausch' mir einfach das Brot durch Weizen aus. Ja, die stehen grad' bei dir. Zwei. Wo ist der dritte? Also, die stehen da alle drei bei mir. Also, bei dir. Bei mir. Bei meinem Haus. Bei dir. Guck' mir das an. Ich find's auch lustig. Erst beschweren sie sich über meine Akazienbäume des Friedens und jetzt sind die hier gewachsen. Ich wunders. Ah, Kubi ist auch bei, äh, ist auch da. Also, hier sind alle drei gerade. Du weißt schon, dass die Bäume aus dem neben dem Haus von denen steht. So, dann schauen wir mal. Ähm. Vor allem, ich sagte zu denen, hey, habt ihr Flint und Eisen. Ach, Kies! Ist da Flint dabei? Nein, nur Flint. Bob Drop. Deer Drop. Deer Drop ist eine Bezeichnung, Alter. Huch, die haben Dias. Die einfach rumstehen. Eine Minute und 21 hält mein Trank. Ich hab eh nur Brot dabei, dass ich was zu essen hab. Das Brot halte ich mir von denen aber so genommen, in Anführungszeichen, genommen. Äh, Alex, nimm mal die Dias raus. Wir klauen sie ja nicht, okay? Nimm die Dias aus der Kiste. Und, ähm, geh mal... Weißt du was? Ich bin fies. Ich nimm Dias raus. Pack sie in die Endertruhe von denen, wodurch die bei mir sind. Und fertig. Hahaha, das hält den nie auf. Ich werd's wahrscheinlich irgendwann vergessen, den wiederzugeben. Dafür, wir sind immer noch bei euch am Rumgammeln. Äh, bei uns. Bei dir wird Wasser, äh, hingelegt. Die bauen sich grad bei deinem Turm hoch. Ernsthaft? Die haben echt den Ding, weil sie, dass ich da oben bin. Und mich nur verstecke. Moment. Wenn ich jetzt den Pfeil trifft, Alter. Ich sag's nochmal, ich bin wirklich bei euch im Lager. Kohl. So, das ist jetzt total psychologischer Kriegführung. Die bauen gerade an ihrem Turm. Die bauen auf Kies. Bauen den ab oder bauen um? Nebendran, weil da bauen sie sich gerade um. Kalle kommt wieder. Kalle geht heim. Kalle haut ab. Der hat wirklich Schiss. Ich glaube, ich habe einen erwischt. Ne, doch. Kann sein. Jetzt muss schnell gehen. Jetzt muss schnell gehen. Ja, das bin rausgekommen. Gut, gut, gut. Ich brauche jetzt ein Crafting Table. Und dann renne ich nur mit einem gezückten Feuerzeug auf ihn zu. Hab einen erwischt! Haaah. Ja, der liegt aber noch. Oh, beide erwischt. Ja, es sind beide nicht mehr auf deinem Turm drauf. Ich würde euch jetzt echt gerne mal die Map auch zeigen. Denn ich sehe, dass die auf der Brücke sind. Ja, und ich stehe hier auf der ihrer Brücke mit dem Feuerzeug. Und ich habe nichts dabei. Außer... Sag, äh, sprich mit, sprich mit Kalle. Ähm, so mit Wörtern halt. Jetzt. So, ja. Äh, sag, sag den beiden, die sollen aufhören. Sonst brennst du dir, brennst du alles ab. Das ist schon irgendwie fies. Sehr geil. Und jetzt ist halt praktisch nur ein Nichtkeitsbogen zu haben, ne? Jetzt bräuchte ich den Unsichtbarkeitstrank. Ich habe das Feuerzeug. Ich nutze nicht. Ich nutze nicht. Weißt du, wie viele Pfeile ich schon geschossen habe in meinem Bogen? Ja, gut, ich will es gar nicht wissen. Ich habe, äh, von dem Bogen... Der Mann jetzt jetzt Bogen hat noch drei Viertel, äh... Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Probably tot. Sieht dich Kalle, oder? Nein. Mein Beschützer. Hast du die Diamanten eigentlich? Ja, in der Chest. In deiner. Ich laufe hier voll provokativ mit einem Feuerzeug rum. Ja, Alex, weißt du, ich habe, ähm, am Ende der Brücke, ähm, wenn du vom Berg rechts, äh, wenn du, da am Berg, habe ich, ähm, Ding hingestellt, habe ich ne, ne Truhe hingestellt, wo ein Feuerzeug drin ist. Falls die mal wieder auf den Sack gehen. Aha. Moment. Ich muss gerade ausschalten, wo wir sind. Sag mal auf. Hab Jan mal zwei gegeben. Moment. So. Ich hab mir nur das wieder geholt, was ich mir genommen habe, was mir genommen wurde und gegeben habe. Ich hab Jan mal zwei Eisen gegeben. Dass er sich irgendwie irgendwas machen kann. Ich glaube, ein Eisenschwert. Ich bin grad voll der, der Bogenschütze hier. Ich greife nicht. Geh, greifen, ja. Ich griffe nicht. Ich hab nichts. Verdammt. Loll. Tanz. Huie, huie. 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 Du musst wissen, ich spring grad einfach nur in die Höhe und drehe Mausi blöd. Bei uns ist keiner mehr. Da ist alles noch dazu in F5. Bei uns ist keiner mehr. Oh ja. Huie. Die Versuch es gezielt, irgendwie ungezielt irgendwie weg zu gehen. Yay. Ah. Ist schon mal ein Grund, Kalle zu töten. Ich darf Kalle noch einmal töten und Kugel zweimal töten. Nö, 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 nö darfst nicht. Ähm. Wieso, ich bin jetzt wieder daheim, ich habe nichts dabei gehabt und das wichtigste sind Nennerchests, die Diamanten. So, ich bin vollkommen zufrieden. Dann, Leute, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Die Diamanten.